Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past und so. Ich hab gerade richtig viel Spaß bei diesem Spiel und ich will nicht... Nein, ich liebe dich doch nicht. Du musst doch nicht so ausrasten, nur weil ich mit dir Schluss gemacht habe. So, wir sind auf dem... Wir suchen den Dorfett. Und... Oh, da fällt mir noch etwas ein. Da drin gab's ja noch etwas und schon wieder hab ich vergessen, den iPod zu starten. Ich späte sie. Oh, ich hasse diese Musik und ich komm nicht rein. Ach komm, ihr wollt mich doch verkackeiern. Hört auf mich anzugucken. Ich dachte, ich könnte da nochmal rein, aber leider nein. Nein, weil da gab's ja noch etwas zum Wegsprengen, aber leider hatte ich ja keine Bomben. Die wollten mich nur ärgern und sagen, haha, du kriegst die Tür nicht mehr auf. Nelson-Modus. Nein. Ah! Du bist nicht so schnell. Ja, der Friedhof. Och nein. Lo! 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 Ente, 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 Ente! Oh, doch, ich bin richtig. Ich bin... Mein Navi... Mein Navi hat mich nicht getäuscht. Faun und Orientierung. Oh, 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 oh. Ach, komm. Du gehst mir auf den Pist, du doofest. S-sa-sa-sa-sa-sa. Oh mein Gott, nein. Nein. Aua. Schenk mir deinen Bogen. Es ging wieder runter und ich bin so stolz. Oh, Scheiße, die sind Kram. Pff, Geld. Ich bin raffgierig, merkt ihr? Okay, dann, äh... Take it on the other side. Take it on. Take it on. Ich hab zu viel Red Hot Chili Peppers gehört. Eine Fee. Ich werde dir Erholung verschaffen. Schließe deine Augen und entspanne dich. Bring! 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 Was? Ich krieg nichts geschenkt? Betrug! Nein! Ich will nicht geschnetzelt werden von euch blinden Trotteln. Aua! Au! Au! Äh... Ja, ich glaub, das war der Erste. Oh, 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 ja. Ich hab Angst. Puh. Ich sterbe hier. Leute, ist das nicht peinlich? Heilige Scheiße. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh! Ich hasse das. Ich bin gerade angepisst, weil ich sterbe. Ich sterbe! Hier! Ich bin so ein schlechter Zelda-Spieler. Ich will ein Herz von dir. Schenk mir dein Herz. Schenk mir dein Herz. Ich bin so voll schlecht. Das gibt's nicht voll schlecht. Ich sterbe. Ich sterb. Ich sterbe. Puh. Das war sauknapp. Sprich runter! Sprich runter! Ich will das dieses Fakt nicht. Hallo, Opa. Richtig, ich bin... Sahasrala. Sahasra. Sahasrala. Der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, so. Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtigen Dämonen besiegt und die drei Amulette verringt. Aha. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Na, selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett Smutus aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Gehe jetzt zum Palast. Ups. Das war voll mit Absicht. Ja, ich renne noch voll in die Explosion rein. Das kennt man. Bomben? Das sind Bomben. Nein, stell dir vor. Hör auf, deine Gedankengänge zu kommentieren. Kommentierer. Sprachfehler, Sprachfehler. Gehirnechse muss beendet werden. Das war lustig. Nicht. Nein. Ha, du kannst keine Treppen steigen. Du hast keine Beine. Du Loser. Und wo ist der Palast? Ich weiß es nicht. Ach, der ist rechts. Und ich gehe links. Das andere links ist das. Ich habe irgendwie heute richtig Bock auf Zelda. Ich weiß nicht warum. Es macht gerade so viel Spaß. Aha. Oh mein Gott. Nein. Nein. Wie schön, dass man auch hier runterspringen kann. Ha. Du kannst nicht springen, weil du keine Füße hast. Und da oben ist ein. Äh. Zing. Ab in den ersten Palast. Wir gehen hinein. Und haben Spaß. In diesem Harem. Oh, ich liebe diese Musik. Oh, ist die göttlich. So, erst mal erkunden. Hier gibt es nicht viel zu erkunden, Conan. Das ist ein Symmetrie... Äh, äh, ach. Ich muss erst mal diese Musik auf mich einwirken lassen. Ich finde die so genial. Ha. Wie kamst du auf die Idee, dass es nicht anders sein könnte? Na, 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 na. Hui. Okay. Okay. Oh nein. Muss das sein? Ähm. Nein. Puh. Wow, das war knapp. Okay. Ich gehe natürlich nicht durch die Tür, weil ich... Genau. Aha. Ach, Geld findet doch jeder gerne. In der heutigen Welt dreht sich alles eh nur um Sex und Geld. Also, we need money, I've got money. Das Lied Money von Satch Tank, 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 Gott, ich kann das nicht aussprechen. Oh yeah, da unten, oh nein, diese springenden Skelette, ich liebe sie ja so. Da unten ist meine... Oh mein Gott. Oh Gott. Mana! Mana, Mana. Du, 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 du. Ich sage immer Mana und nicht Mana. Ihr stinkt doch. Oh. Ja? Ja? Ähm, ist das überhaupt ganz laut? Natürlich ist das ganz laut. Wie komme ich auf die Idee, dass es... Oh nein. War das nicht klar, Leute? Okay. Und hier gibt es irgendwo diesen dummen Schalter. Nein, gibt es doch nicht. Aber ich glaube, hier gab es noch irgendetwas Besonderes. Nein, oder? Ja, ein Spiel, in dem ich Rätsel lösen muss, das passt ja mal absolut überhaupt nicht zu mir, oder? Ein Kompass, den ich sowieso nicht gebrauchen kann, weil ich diesen Dungeon kenne. Puh, was steht denn hier? Ja. Ja, ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir... Ich glaube, man brauchte noch einen Schlüssel dieses Mal für, äh, für die Kiste? Kiste, Kiste? Was? Verschlossen? Verdammt. Wie kann das nur verschlossen sein? Shame on you, shame on you, shame on you. Okay. Was machst du da, Conan? Das sieht sehr pervers aus. Vor allen Dingen, weil du rot anläufst. Jeeey, weiter geht's. So ein Zufall. Boss Tür und Boss... äh, und Ruhe. Wofür mal... Nein! Zeit ist abgelaufen, Leute. Ich, äh, verabschiede euch. Jetzt von hier unten und so. Tschüss! Tschüss und wir sehen uns dann gleich wieder, also.